Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal, End of the Comfort Zone, bin 27 Jahre alt und liebe Abenteuer und Herausforderungen. Du willst wissen, was dich hier erwartet? Unter anderem Urban Exploring, Lost Places, vergessene Militäranlagen, stillgelegte Industrieruinen, Relikte aus einer längst vergessenen Zeit, Film ab! Du findest hier Videos rund ums Thema Buschkopf und Survival. Wie mache ich richtig ein Feuer? Wie baue ich eine wetterfeste Unterkunft? Und welche Gefahren lauern hier draußen im Wald? Für eine erfolgreiche Tour brauchst du die richtige Ausrüstung. Doch was bedeutet überhaupt die richtige Ausrüstung? Was nehme ich alles mit und welches Automesser passt zu mir? Musik Das Abenteuer findest du nicht zu Hause auf dem Sohn. Du musst rausgehen und es suchen, denn das Leben beginnt außerhalb deiner Comfortzone. Musik Musik Steckt denn dir auch ein Abenteurer oder hast du einfach mal Lust, dem Alltag zu entfliehen? Begleite mich auf meinen Touren und lass uns gemeinsam Erfahrungen austauschen. Abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Checkt doch die Videobeschreibung, dort findet ihr weitere wichtige Links und Infos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Bis denn, ciao, ciao! Bis denn, ciao! Bis denn, ciao! Bis denn, ciao! Bis denn, ciao!